Musik 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 Vielen Dank. und Säule. Wenn man einen anderen Menschen hat, dann kann man sich die Hörer nicht mehr ansehen. Wenn man einen anderen Menschen hat, dann kann man einen Property-Kennabagier sein. Das heißt, die Gruppe oder die Machen sind. Wenn man einen anderen Menschen hat, Das heißt, Acid, Basis und Soul, das ist wichtig. Das heißt, er wird die Darmung von einen Asit aufgelistet. Der ist nicht so schwer wie ein Duft gelistet. Er wird die Darmung von Thes aufgelistet冷zender. Er wird das Gefühl, Silli. dann ist es nicht so gut, wenn es nicht so gut ist, wenn es nicht so gut ist, wenn es nicht so gut ist, Die haben eine Sarteste. Sie sind sehr gut. Wenn man die Acid sagt, ist das eine richtige Definition. Die Acid sagt, wie ein Beispiel. In der Falle der Falle ist, wie ICL, Hydrochloric Acid, dann Sulfuric Acid, H2SO4, Nitric Acid, CO3, die landen hierinffektiv sind die So man wird die Asit aus der Krise geplant. Man kann die Asit unter den Basis unterhalten. Man kann die Asit unterhalten. Das ist die Basis unterhalten. Das ist die Asit unterhalten. Die Basis unterhalten ist unterhalten. Der Ausland ist der Asit unterhalten. Das ist das Organic Acid und das Inorganic Acid. Das ist das Organic Acid. Das ist das Organic Acid, das ist das Living Source. Das ist das Living Origin, das ist das Extract. Das ist das Fruits, das ist das Fruits, das ist das Acid. Das ist das Meliac Acid, found in Apples, Tataric Acid, found in Tamarin, etc. Das ist das Inorganic Acid, das ist das Non-Living Sourcen. Das ist das Non-Living Acid, das ist das Non-Living Substance, das Extract, wie Rocks and Minerals. Das ist das Inorganic Acid, das ist das Mineral Acid. Das ist das Findor Acid. Das ist das Neu siin und weiter dispers, was soll man eben endorsed. Hydrochloric Acid, bei der Formulau, high CO, icoolucr性, H2SO, numa L- 4. Also gerade a Immolar Acid, bei der Formulau use HNO3, 맞et sich darauf, dass eine Klic як 전�opietet denn die Fremd. Damit ist das deduct тут ein 집erwagen. Also wächst das Riedig das Nantesby. Das ist das Ziel, dass ein Bromiler durchhet klicist wird. Então, das geht überhaupt dafür. Dasinated caloriesein wird das Stronacid in Pol Datenetylene. Wic acid. Strong acid ist es nicht so. Die Hikennung ist ein Hidrogen, Hidronium, Inc. ist completely ionisiert. Wenn man die Hikennung ist, ist es ein Strong Acid. Das ist es, wenn man denkt, es ist ein Mineral Acid. Sie sind ein Strong Acid. Wic acid ist es nicht so. Wenn es ein Wicke-acid gibt, ist das Wicke-acid, Hydrozen oder Hydronium-Ion. Wenn es eine Wicke-acid gibt, ist das Wicke-acid. Das ist das Wicke-acid. Das ist der Wicke-acid. Wenn es nicht so gut ist, kann es nicht so gut sein. Die Sachen ist sicherlich, dass die Foto-Anses sind. Die sind die Rolle von Kami, die Wicke-acid sind. Sie können in den Hasen der Foto-Anses reinigen. Sie können sich Ihre Foto-Ans buttons um es zu verwenden und Sie können in den Kari-acidien oder Kari-acidien. so basis tea we common base daily life to them thing naramgani kudam oina quina season ariva sapon sob is an example of a base so sapon see koina they have a bitter taste adugam sapon see koina pibe matam da soft and slippery oi sumna aikoina bitter taste laiba aduga soft and slippery to touch oiba poch singhsi ekoina base ni hai na hai adhu buo ekoina base ki proper definition ama hai raga di koina sumna hai gani bases are substances containing ionizable hydroxyl ions o-h-i-n now like acid base is aikoina either strong or weak so strong base hai raga di koina base to the yawriba maagi hydroxyl ionsi completely ionized ogunami kudam oina you can take the example of strong bases like sodium hydroxide with the formula na o-h potassium hydroxide with the formula k o-h etc now in case of weak bases maaki yawriba hydroxyl ionsi the partial ionization window possible kudam moina equina ammonium hydroxide aluminum hydroxide they are examples of weak bases adhu aragadhi koina moop what are the characteristic property of bases hai raga di ngasai koina mamang da khammin aghi badu they have a better taste they are soft and slippery to touch and strong bases are also corrosive now makha tarakpada ekoina moop salt salt kadaibu ko goge hai ba siya moop khamminasi salt hai raga di ekoina acid amaga base amaga neutralized taunar kaan da same liba maaki product neutralization product adhu boi koina salt kawin hai ba di a salt is a neutralization product formed when an assets react with bases asigumba chemical reaction si boi koina neutralization hd khammin koina coina hyacin hoi koina broi ba acid hydrochloric acid sena sodium hydroxide nao-h aeriba base ga reakshan to nara ga siya moipa product neutralization product si sodium chloride with the formula NaCl salt ni along with water h2o maaki characteristic property Es gibt keine Salty, keine Ziele, keine Ziele, keine Ziele, keine Ziele, keine Ziele, keine Ziele, keine Ziele. Es ist Salty. Aber sie haben eine Salty-Taste. Der Zettowski ist jetzt nur ein Bakker ist. Wenn es ein Bakker ist, das Fähigkeiten nur zwei, zwei, drei. Wenn es ein Bakker ist läuft, können wir die Bege defeiligen. Und wenn es eine Bege davon ist, die sich gibt, wie ein Bakker ist, die eine Bege ist, wenn es eine Bege ist, wie sich ein Bege verraten kann, So, wenn man eine andere Asit oder eine Basis gibt, ist ein Indikator. So, was sind die Indikator? Indikator sind die Indikator. Indikator sind die Chemikal Substanz. Das sind die Indikator, die Natur der Substanz. Whether it is Acidic or Basis. So, Indikator ist ein Indikator. Das ist ein Natural Indikator. Das ist ein Synthetik. Das ist ein Man-Math Indikator. So, ein Natural Indikator ist ein Lytmus. Das ist ein Natural Indikator. Das ist ein Natural Indikator. Das ist ein Natural Indikator. So einen Synthetik, die Indikator ist ein Penautilin, wie ein Metall Orange. Das ist ein Indikator gemeint. Das ist ein Indikator. Das sind die Indikator. Das ist ein Profit der Anglication. Das ist eine Basis. Das ist ein Blum. So, dieured sind, das ist ein Indikator. Mit der Hilfe der Koloration Sauen. bei da mit der Use of the Indicators Indicators ist h стр sotto wo es hat das was 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 cool was The coloration so was Litmus ist eine Indikator in der Form von Strip, Blü Strip und eine Red Strip von Papern. Wenn man sagt, dass die Aktivitäts-Tour gibt. Now, Litmus-Paper-Strip ist eine Acidic-Medium-Red-Coloration. Also, die Blüte's-Paper-Strip ist eine Farbe-Strip von Papern. Die Sprüche sind die Blüte. Die Blüte ist eine Frözi-Medium-Red-Colouration, und 2.0. Blüte in die Basikal-Medium. Wir sehen uns, dass das eine Phenothelin am Basis-Medium gibt. Eine Meth Indikator in der Farbe-Striately ist eine Farbe-Striole. das geht. Phenolphthalein hier im Indicator ist natürlich colorless. Hier im Indicator ist ein Acidic-Medium. Das heißt, es wird colorless. Das heißt, es ist eine Basic-Medium. Phenolphthalein ist ein Pink. Slight pink coloration. Das heißt, dass das Metall-Oranz ist. Das ist ein Metall-Oranz ist ein Einziger-Ensichter. Das heißt, es wird ein Metall-Oranz. Das ist ein Metall-Oranz. Das ist ein Ausidic-Medium. Das ist ein Acid-Medium. Das ist ein Red. Das ist ein Licht-Ensichter. Das ist die Farbe von der Farbe. Vielen Dank für's Zuschauen. Untertitelung des ZDF, 2020